moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft wir brauchen eben noch immer jede menge planken die kriegen wir so nicht so die werden wir jetzt kriegen ja nice und wir haben vor ab jetzt hier unsere kapitänskajüte anfangen auszubauen dafür brauchen wir dann auch tatsächlich dann diese wände ich würde sagen fangen wir ab hier an oder dass wir das dann so ausbauen dass hier dann quasi so ein hinterer balkon ist oder so was in der richtung und wir müssen auch wieder was essen und trinken da haben wir nichts zu essen aber hier haben wir noch platte wir noch mangos im inventar okay dann können wir die eben schnell schnabulieren und dann müssen wir auch schauen wie wir hier alles nach und nach färben vom schiff und die steine können wir auch mal wieder wegschmeißen sowie die palmblätter das ding hier dass das brauchen wir auch genug davon und machen hier dann schon mal den nächsten ich glaube hier ein paar fester schon übersehene an die sind wir schon durchgefahren wahrscheinlich hallo boris naja dann holen wir uns die drei gleich wir müssen aber schauen dass wir auch mal wieder zu einer insel kommen wo diese bobbel fische sind diese explosiven kugelfische und wir wollten ja auch noch ein bett bauen hier hier das also ja federn brauchen wir das heißt wir müssen auch mal den lieben gülle war öfters mal attackieren werden wir den da kriegen ich hoffe ja er ist weit genug da hinten ist zwar eine insel aber die ist eine kleine da finden wir keinen gülle war so und den den müssen wir auch noch erwischen ja der wird uns in die in die angel gute hier rein fliegen doch nicht aber jetzt oder nee so aber ja so wir haben hier zwei ab jetzt kommt der dritte und dann machen wir hier eine tür und hier machen wir auch noch mal so wo ist eigentlich die nächste insel ich glaube die da rechts ist näher das da können wir eigentlich abschminken vielleicht haben wir hier ok palmwärter können wir so trotzdem noch lagern oder plastik steine komm wir packen auch steine hier rein ich glaube ja komm acht federn aber leder haben wir ordentlich wird hier hier sind die seile habe ich gerade doch für umsonst weggeschmissen ähm das ding ist ja schon fast verbraucht müssen wir das regelmäßig neu machen oder wie komm die rüben müssen wir auch mal wieder grillen und unten haben wir bestimmt auch wieder was das wir mitnehmen müssen so da können wir ja wir lassen das mal so dann flackert da weniger was und dann hier der nächste wie viel brauchen wir für die tür ok noch zusätzlich drei nägel da kriegen wir wohl gleich hin nägel haben wir mehr als genug glaube ich beziehungsweise frott um nägel herzustellen so das frast will ich haben ich hoffe wir kriegen den vielleicht zu weit links ich glaube wir haben zu weit links geworfen ja perfekt den haben wir jetzt nichts was mit holz zu tun hat dabei hier haben wir doch ja eine haben wir auf jeden fall so wie sieht es jetzt hier aus das können wir da reinpacken steine machen wir hier rein ich finde es auch interessant wie ich das hier eigentlich einsortiert habe und nice so die nächsten drei also die nägel brauchen wir noch wo waren die nägel nochmal hier ok müssen wir eben nägel wo waren die hier passt so und so wenn wir jetzt eine tür bauen ja perfekt nice ja so rum dann müssen wir jetzt mal schauen wie weit jetzt die nächste insel ist von einem gulliver von einem potenziellen gulliver und dann gehen wir hier ein bisschen Richtung links da müsste dann die insel sein noch mehr nach links ok so ich bin schade dass wir aber kein explosives pulver haben ich würde gerne diese munition für die netzkanone da machen damit wir endlich mal wolle kriegen aber vorher müssen wir ja hier auch erst für die tiere sicher machen noch eine planke rein komm wir können auch ein paar davon jetzt mal essen und nochmal was trinken so auch ein bisschen was nachfüllen jetzt salzwasser füllen und wir brauchen auch wieder einen haken bzw haben wir einen haken irgendwo noch so eingelagert einen ersatzhaken hier nicht dann packen wir mal da rein hier auch nicht nope wir brauchen wieder einen haken ok das heißt wir müssen hier dann ach ok wir brauchen sechs schrott zwei seile und ein bolz und dann noch vier planken ich hoffe unten sind wieder welche nee aber plastik und eine planke ok wenigstens eine und den da schnappen wir uns und den da komm wir brauchen einen neuen haken so schrotthaken haben wir dann noch eine neue axt werden wir auch noch brauchen auch nochmal zwei davon vier davon ein bolzen und jede menge holz so eins zwei dann Seil ok Seile haben wir hier so die bolzen drei vier so wieviel acht brauchen wir für die axt da war ein floß ich habe so viel wir haben ein fass ja da ist das fass ah geil wieviel wir dafür bekommen haben nice so dann nochmal zwei von denen und da was ruckelt das so viel so neue axt den schnappen uns noch und da sehe ich schon die insel sogar eine größere ich hoffe eine wo gulliver drauf ist hoppla runter gefallen ich hoffe das wirklich so eine gulliver insel so dann können wir hier das hier wieder einlagern so und das können wir wegschmeißen weg ihr seid frei freiheit also wir können wieder Farbe machen so dann Samen hier auch nochmal wieder einlagern Samen kriegen wir mehr als genug auf jeden Fall so 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 hier haben wir quarte Farbe so das ist auch eine neue Insel so eine hatten wir noch nicht so eine hatten wir noch nicht finde es krass wir mittlerweile viele neue Inseln hier bekommen ich sehe da schon links ein Harrybeard da vorne ich würde sagen wir drehen nochmal ein Stückchen bei ich würde sagen wir drehen nochmal ein Stückchen bei ich glaube es würde mehr Sinn machen wenn wir gleich hier vorne irgendwo Anker legen und dann drauf gehen habe ich Pfeile ich habe 10 Pfeile ich schaue mal dass ich vielleicht nochmal ein paar Pfeile mache hier ah ok Steine fehlen wir ok wir sind nah genug können wir eben Anker werfen und wir schauen hier nochmal einmal leer machen so Plastik machen wir hier voll Feinblätter haben wir voll Kleine haben wir gar nichts also nicht genug ähm was können wir noch hier hin packen so die Rüben packen wir erstmal wieder hier hin die Kartoffeln packen wir hier hin hier packen wir mal die schwarze Farbe rein und hier mal die Planken hier auch noch die Angelutensilien und die Blätter schmeißen wir gleich weg so warte mal erstmal so und los geht's da wo das kommt schon wo das kommt schon ok wir sind da und jetzt erstmal wieder Holz sammeln auf die kleine Insel müssen wir auch noch gleich rüber auf die kleine Insel müssen wir auch noch gleich rüber doch die Insel waren wir schon das war die das war die vom letzten Mal jetzt erkenne ich das das ist die vom letzten Mal die Insel ja das ist ganz klar die vom letzten Mal das ist glaube ich nur die eine neue Insel ich hätte aber gerne mehr von den Gulle was hier von den Vögeln weil wir die Gulle was auch brauchen so komm hoch 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 ok gleich ist die Axt hin Obst sammeln wir mal nicht wir haben mehr als genug Obst so dann können wir die jetzt hier mitnehmen frei benutzen meine ich und den da schnell nice können wir jetzt wieder darüber und können eventuell schon mal den Heribert da angreifen na komm ich will hier hoch ich will hier hoch lass mich hoch wo ist ein Heribert da ist Heribert vielleicht kommen wir auch an ihm vorbei gleich irgendwie ohne dass er uns attackiert so wir schmeißen Müll schon mal weg aber der hat nicht mehr viel kriegen wir das hin ohne dass wir attackiert werden oder hat er uns schon jetzt im Visier ja der hat uns schon im Visier ja komm hier kommst du nicht hin ne aber ich wollte schon sagen ok im Wasser klappt ganz gut ok wir müssen das öfters mal so im Wasser machen komm komm einen Moment ich bin sofort wieder jo was ist denn heute los irgendwie heute werden wir den ganzen Tag nur angerufen aber wenigstens haben wir den hier jetzt geschafft so manchmal kann man das auch irgendwie nicht ändern manchmal wird man permanent angerufen so dann haben wir das auch schon mal und den hier gibt es da vorne auch noch Holz oder ne hier gibt es kein Holz mehr aber da oben sind noch zwei und da hinten noch mal zwei und oben ist noch ein Harry wert aber das mit dem Wasser fand ich jetzt echt genial so und den hier noch und das ist auch noch was Mango sehe ich gerade Mango Baum ach hier ist nochmal nice boah ich hoffe das wird reichen diesmal ein bisschen mehr hinzukriegen zu bauen was Holz angeht ich habe vergessen wie wir die Dinger genannt hatten die Alpakas, Lamas oder was auch immer das sind so ich hätte aber auch den Vorschlag dass wir heute mal die Folge etwas länger machen diese hier weil ich ein bisschen wenig Zeit habe heute das würde zwar für eine längere Folge reichen aber nicht um zwei Folgen draus zu machen deswegen wird das heute eine etwas längere Folge dass wir die Insel dann dafür hier abschließen werden alles Holz sammeln Gulliver besiegen Harrybert meine ich nicht Gulliver ist leider keine Gulliver Insel jetzt schauen wir mal wo ist denn eigentlich nochmal der Aufgang der war doch da hinten irgendwo oder so und hier hoch wo ist denn der andere Harrybert komm will ich sehen zeig dich und hier komm ich will hoch wo ist denn Harrybert da ist Harrybert der zweite komm und so ich finde es schön so kann man gegen die kämpfen ups da hat wo ist er hinter komm Harrybert toll ein Pfeil verloren ok aber das hat er gereicht nein ich dachte schon ich dachte schon der Fliege komplett weg aber dafür haben wir wieder ordentlich Fleisch und wieder ordentlich Holz ich schau mal was ich wieder wegschmeißen kann das hier zum Beispiel das 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 können wir wegschmeißen ich glaube die Kokosnüsse können wir uns auch jetzt mal gleich gönnen wo sind sie da damit wir ein bisschen Hunger und Durstlos werden denn das sind echt zu viele Kokosnüsse die wir einsammeln ja wir müssen satt werden ok alle Kokosnüsse weg und haben wieder zwei komm hoch und hier da haben wir wieder eine Kiste und hier nochmal Ananas die roten Bären nehmen wir auch auf jeden Fall mit so ah Metallbahnen nice ich finde es schön wenn wir auch mal so ganze Metallbahnen kriegen wirklich ich glaube die Insel haben wir jetzt schon abgeschlossen oder? oder oder haben wir hier noch irgendwo Bäume übersehen? nö nö ich sehe keine Bäume mehr die wir abholzen können o habe das okay dann können wir wieder auf Schiff Autsch. Okay, das war jetzt dämlich von mir. Und wir können das und das mal wegschmeißen. Und sammeln mal den Fass da auf. Komm. Kriegen wir den so? Nein. Du musst schon dahin schwimmen. So, geil. Wieder ein Palmblatt bekommen. Nice. Aber wir haben jetzt so viel Leder auf. Auf Tasche. Beziehungsweise auf dem Lager. Da müssten wir nachher... Oh, danke Boris. Da müssten wir aber auch ordentlich jetzt unsere Rüstung bauen können draus. Damit wir wieder auf die Bäreninsel kommen können. Komm, Boris, willst du noch einmal zubeißen? Okay, wollte er nicht. Können wir Anker wieder lichten. Lichten. Und... schnell wieder... in Richtung Strömung drehen. Bevor wir hier auf der Insel feststecken. Gegen die Insel knallen. Also, Tür brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir wollen die Wände machen. So, dann... 103 haben wir. Nice. Jetzt nicht mehr 103. Was meint, die würde so reichen. Das ist zwei da. Und nochmal zwei da. Also vier insgesamt. Wenn die... Äh... Wenn die Dings geht hier. Oder... Komm, wir machen noch... ...einen mehr. Ja, ich glaube, so würde es reichen. Dass wir dann... ...den hier mal weg machen. Und dann eher erstmal hier hin. Den hier auch. Ich drücke wieder C. Und... ...den hier... ...auch ein bisschen mal... ...hier hin packen. Den müssten wir auch mal... ...um platzieren. Für... Anfangen, für... Wo packen wir den dann stattdessen hin? Dahin? Genauso wie... ...den. Oh. Achso, ich wollte schon sagen... ...wohin will der denn. Ich sehe da was. Eine schöne Kiste. Und den haben wir sofort erwischt. Nice. Ja, jetzt können wir hier sogar so machen. Und hier auch. Hier reicht es jetzt nur für zwei. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Und dann müssen wir eben noch mal hier einlagern. Was haben wir hier? Wir haben hier noch Holz gehabt. So. Die haben wir full. Ähm... Das packen wir mal hier rein. Wo haben... Achso. Wir haben die... Ja. Wir haben total vergessen. So. Was packen wir... Hier die Dinger packen wir noch hier rein. Da haben wir wieder genug. Ähm... Steaks. Wir haben auch so viele Flügel. Ähm... So. Und dann der Rest hierhin. Scharniere haben wir sehr viel. Damit müssen wir auch noch irgendwie was machen. Und dann so. Ja, und dann machen wir hier zu. Und dann... Hier machen wir eine Tür. Relativ mittig. Und das wird dann quasi die Kapitänskajüte. Also Seil und Leder habe ich vergessen noch einzulagern. Seil... Ne, Leder war hier. Wir haben schon... 50 Leder. Leute, 50 Leder haben wir. Und... Ja, okay. Seile. Da müssen wir wirklich schauen, wie wir oder wann wir das mit den... Ähm... Rüstungen hinkriegen. Den Rest können wir wegschmeißen. Warum die Kokosnusser auch bringt. Ne, die hätten wir jetzt essen können. Verdammt. Egal. Ähm... Wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Wo wir das hier noch weiter ausbauen. Und uns dann eine Insel suchen, wo diese Bobbelfische sind. Da mache ich mich mal schlau. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... Ciao. 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 Musik Musik